herzlich willkommen im wild spirit land ja leute es ist soweit ich bin angekommen und es geht hier schon richtig gut los und endlich komme ich mal dazu ein video zu machen ein bisschen was zu erzählen also ein zweites video das erste video habe ich ja schon gemacht das waren so die ersten tage die das gut widerspiegeln nämlich meine innere erfahrung das war erst mal sehr krass hierher zu kommen und das zu realisieren wo ich habe jetzt eigenes land in portugal und ich bin hier aber auch erst mal total alleine ich muss jetzt muss mich jetzt um alles kümmern ich muss es alles irgendwie anleiern und keine ahnung es gibt so viele möglichkeiten aber total überforderung und gleichzeitig auch eine tiefe verbindung so ein gefühl aber ich bin irgendwie trotzdem genau richtig die natur nimmt mich ja auch die empfängt mich ja genau das ist auch das motto und die energie mit der hierher gekommen bin die rückkehrt zu meiner eigenen natur die eigene natur im wild spirit land ja und wenn ihr das noch nicht gesehen habt ich habe im ersten video dazu schon eine ganze menge erzählt auf meinem zweiten youtube-kanal ich habe ja auch einen zweiten youtube-kanal den jb spirit tv-kanal und da teile ich ja sehr gerne und habe das in der vergangenheit schon gemacht diese ja die innere welt sozusagen das was alles sich bewegt und auch in worte ausgedrückt werden will schaut euch das mal an falls es euch interessiert da erzähle ich sehr ausführlich über den spirit den ich hier erlebe und der mich auch hier her geführt hat und so weiter und jetzt im video soll es wirklich mal darum gehen was erlebe ich eigentlich ganz konkret und schon ganz viel passiert genau das werdet ihr jetzt sehen wir haben nämlich begonnen diese ruine da hinten aufzubauen und ich habe wasser ich habe echt schon wasser wow und es ging super schnell viel schneller als ich erwartet habe das ist so ein magic moment eigenes wasser aus dem 50 meter tiefen brunnen ja und für diejenigen die es überhaupt noch gar nicht mitbekommen haben ich bin in portugal zentral portugal in der region um coimbra und ich habe mir ein stück land gekauft sogar zwei hektar es ist ein off-grid grundstück also naturgrundstücks wird hier kein strom geben kein wasser oder sowas also ich habe eigenes wasser aus dem brunnen grundwasser ansonsten bin ich hier völlig autark und genau das möchte ich auch hier bleiben und mir entsprechend dazu als aufbauen was ich brauche endlich kann ich mal meine ganzen spielzeuge echt einsetzen und in real testen ja hier stehen zum beispiel drei panels von jackery die ich jetzt am anfang hier in meinem base camp ich habe mich ja auf meinem parkplatz den ich schon gott sei dank schon schon habe dann hat der joao hier aufgebaut kurz bevor ich hierher kam das hatte ich mit ihm vorher abgesprochen das hat super funktioniert und ja da steht so mein erstes equipment ich habe mir so ein zelt aufgebaut in hänger halb entladen und so ist der start hier so jetzt machen wir ein kurzes intro und dann erzähle ich mal ausführlich los geht's zu bis zum g Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und los geht's also mit der ersten Arbeit. Zusammen mit meinem Nachbar und Soulbrother Mike schneiden wir den Weg der Erleuchtung frei, den Pfad der Erleuchtung. So nenne ich diesen kleinen Rundweg, der um meine Ruine herumführt. Und das ist schon eine ganze Menge Arbeit, denn hier über den Sommer wächst hier wirklich unglaublich viel Gestrüpp wieder heran. Die ganzen Pflanzen wuchern hier. Es hat auch relativ viel geregnet diesen Sommer. Und wir kämpfen uns langsam vor. Und der Mike hat mir hier schon einen richtig großen Platz jetzt freigeschnitten. Die Idee kam uns auch plötzlich. Und ja, ich glaube, das ist genau der richtige Platz für eine schöne Meditationsplattform, die da später mal hinkommen kann. Die ersten Ideen entstehen also schon hier, während wir auf dem Grundstück sind. Und es ist ein bisschen so, als würde das Grundstück selber mit mir sprechen, als würde selber hier die Natur sagen, wo es hier lang geht. Und das verbindet mich sehr tief mit diesem Ort. Das ist eine ganz besondere Erfahrung, die ich hier mache. Und auch die alte Ruine, die hier oben auf dem Plateau steht, eine alte, gemauerte Ruine nach der traditionellen Chisto-Technik hier in Portugal, findet man sowas ganz oft. Auch die hat eine unglaubliche Ausstrahlung, hat eine unglaubliche Energie auf mich. Und ich möchte sie wieder aufbauen. Ich möchte diese Ruine nutzen, hier als Outdoor-Küche oder vielleicht sogar, um da drin zu wohnen, als Mini-Tiny-House. Sie ist nur ganz klein, ca. 10 Quadratmeter Grundfläche innen drin. Aber sie fasziniert mich unglaublich. Und ich bin gespannt, was hier entstehen wird. Ich habe übrigens auch eine Playliste für meine Wild Spirit und God's Paradise-Videos. Der Maik, der hat ja schon länger hier nebenan sein Grundstück. Und das war ja auch für mich die Verbindung, dass ich wirklich jetzt hier gelandet bin, worüber ich natürlich unglaublich dankbar bin. Und ja, der Maik ist im Moment in Deutschland wieder unterwegs. Hatte auch Satz-Sank-Termine. Auch dazu verlinke ich euch mal Infos unten in der Videobeschreibung. Und ich bin mal gespannt, was ich hier schon alles erlebe und fertig bekomme, bis der Maik wieder da ist. Es ist tatsächlich jetzt so gewesen, dass es hier super schnell voranging. Viel krasser, schneller, als ich erwartet habe. Es war echt sehr überraschend, total geil. Maik hat mir einen Kontakt gegeben zu portugiesischen Arbeitern, die bei ihm am Grundstück auch schon gearbeitet haben. Ja, Miguel. Hola. Hey, Ricardo. Hey. Hola. Welcome. Ja, thank you. Die sind dann irgendwie am nächsten Tag überraschenderweise schon sofort bei mir angerauscht, weil irgendeine andere Baustelle gerade, weil da gerade irgendwas nicht weiterging. Und meinten irgendwie, ja, wir können anfangen irgendwie. Mein Plan ist halt, die Ruine als erstes aufzubauen und mir dabei helfen zu lassen. Ganz klar natürlich. Und außerdem brauche ich natürlich auch Wasser und ich will hier irgendwie so einen Container hinstellen. Hier auf die Seite noch am Ende vom Parkplatz. Gut, das kommt später. Was jetzt schon total schnell losgeht, ist tatsächlich der Aufbau der Ruine. Das ist natürlich super schön. Das ist natürlich sehr schön. Musik Und gestern standen wir dann da und der Miguel meinte auch, ja, we need water, wir brauchen Wasser, wir brauchen Wasser für Zement und Sand und so weiter. Und da meinte ich, ja, da muss ich mich noch irgendwie drum kümmern. Ich hatte schon so einen Kontakt für jemanden, der das vielleicht machen kann, aber noch nicht mich drum kümmert. Und da meinte er, no problem, we can check it, we can check it. Und da hat er noch einen Kollegen angerufen, der kam in 10 Minuten hier mit dem Auto aufs Grundstück. Und ich, unglaublich, war irgendwie gerade in der Nähe, guckte sich das an und wusste sofort Bescheid. Also der war jemand, der sich auskennt. Ich verstehe nicht immer alles, weil die echt teilweise natürlich nur Portugiesisch sprechen, zumindest untereinander und das sprechen auch nicht alle Englisch. Also das ist schon auch echt ein großes Abenteuer, jetzt das einfach so zu machen, ohne dass ich da wirklich die absolut saubere Kommunikation habe. Aber über Google Translator kann man sich notfalls auch noch verständigen oder halt im WhatsApp oder Messenger kann man damit natürlich auch gut mit Übersetzung so Nachrichten austauschen. Und der Ricardo spricht aber gut Englisch, der übersetzt dann für mich. Ja, auf jeden Fall kam dann direkt irgendwie, ich habe den Namen leider auch vergessen, der Kollege mit der Pumpe. Und am Nachmittag gestern hat er direkt installiert, also wir haben es da zusammen gemacht. Und ich habe Wasser, yeah, ich habe Wasser. Das ist mein Bohrloch, es ist ungefähr 50 Meter tief. Und ja, der Brunnen war noch nie in Betrieb. Der Vorbesitzer hat den Brunnen schon bohren lassen, aber er war noch nie in Betrieb. Und ich habe keine Ahnung, wie gut das Wasser ist, ob überhaupt ausreichend Wasser drin ist, ob das überhaupt alles funktionieren wird. Und diese Tiefbrunnenpumpe hier, die wird jetzt gleich in dieses Bohrloch versenkt. 50 Meter, der Armando, so heißt der, nette Portugieser, der auf jeden Fall weiß, was er tut. An diesem Seil hier, 50 Meter Seil, werden wir sie gleich runterlassen. Es gibt auch noch hier so eine Elektrosteuerung dazu, Schutzschaltung. Ich erkläre das vielleicht nochmal ausführlich später, wie das Ganze funktioniert. Das ist nichts Kompliziertes. Ich habe hier mit einem 450 Watt Solarpanel von Plug-in Festivals die Active Akkubox in dieser Bundeswehrkiste verstaut, Wetterschutz einfach. Und das ist erst mal eine provisorische Stromversorgung. Ich habe hier keinen Strom und ich werde natürlich diese Pumpe auch mit Power Sessions und Solar betreiben. Und jetzt müssen wir hier das Bohrloch noch ein bisschen schöner machen, ein bisschen dran arbeiten noch. Und natürlich muss die Pumpe auch elektrisch hier angeschlossen werden. Auch da muss ich 50 Meter Kabel mit rein in dieses Bohrloch. Das muss ganz gut abgedichtet werden natürlich, absolut professionell. Aber der Armando, der macht das hervorragend. Und jetzt geht's los. Jetzt werden wir diese Pumpe hinablassen in das Bohrloch. Und ich bin echt gespannt. Ich bin bisher echt super begeistert, wie gut das hier funktioniert. Und auch wie unkompliziert hier das einfach hier mit simpeln Werkzeug alles bewerkstellen. Und das dauert natürlich einen ganzen Moment. Und irgendwie nach ungefähr 50 Metern hat der Armando dann festgestellt, oder etwas über 50 Metern, dass die Pumpe unten am Boden angekommen ist. Und dann wird sie wieder, ich glaube, drei oder fünf Meter hochgezogen, damit sie da schön frei im Wasser hängt. Und dann kommt oben so ein Deckel drauf. Und dann wird das Ganze verschlossen, der Brunnen. Und dann hat man hier einen Anschluss jetzt für einen Schlauch. Und jetzt machen wir einfach mal so ein Stück Testschlauch dran. Und Achtung, jetzt kommt der Moment. Wow, ganz ehrlich, das war ein absolut magischer Moment. eigenes Wasser, Naturwasser aus dem eigenen Boden. Und das Wasser ist kristallklar gewesen. Vom ersten Moment an absolut frisches, sauberes Wasser hier mitten in Portugal nach dem Sommer. Und ja, das ist ein gutes Zeichen. Und ich hätte nie gedacht, dass das irgendwie so schnell alles schon über die Bühne geht. Also ganz ehrlich, die haben auch gestern schon Sand und Kies und sowas gebracht für den Aufbau der Ruine. Material ist schon geliefert worden. Und am Tag vorher bin ich mit dem Miguel zwei Stunden hier in der Gegend rumgefahren zu verschiedenen Baustoffhändlern. Und der hat mir Baustoffe gezeigt. Also Dachziegeln, Holz für die Ruine, Isolierung, alles was man da braucht. Wir haben das irgendwie mit Händen und Füßen alles besprochen und irgendwie Sachen entschieden. Es ist unglaublich. Ich bin echt begeistert. So, jetzt zeige ich euch nochmal hier die aktuelle Situation an der Baustelle und wie die Ruine jetzt aussieht. Ihr habt ja eben schon ein bisschen gesehen, wie sie vorher aussah. Wir mussten jetzt erstmal hier so ein bisschen einen Teil von der Mauer abbauen, weil die total schief und unstabil war. Da liegen die ganzen Steine. So, und ja, jetzt wird die wieder aufgebaut. Da kommt ein komplett neues Dach drauf. Richtig isoliert mit Dachgebäck, natürlich Dachziegeln, Isolierung und drunter. Das sind ungefähr 10 Quadratmeter. Und da kommt noch ein Fenster rein an der Seite, sodass man dann hier ein Fenster hat nach draußen und hier in dem ganzen Bereich um die Ruine rum will ich später mal, das wird dann das übernächste Projekt oder so, eine riesige Terrasse bauen hier. Alles schöne Holzterrasse oder mal gucken, wie ich das realisieren kann, auch finanziell und so weiter. Aber auf jeden Fall soll hier eine riesige Terrasse hin. Dann hat man hier eine Küche in der Ruine mit dem Fenster drin, kann man auch Sachen durchreichen. Und hier draußen werde ich natürlich auch für Outdoor kochen, Outdoor-Küchen mäßig was bauen. Und hier hat man halt einen mega schönen Platz, weil hier hat man eine super schöne Aussicht. Heute ist leider schon ein bisschen bewölkt, aber da hinten sieht man normalerweise die Sierra Estrella hier, das größte Gebirge von Portugal. Auch die Bergspitzen. Und ja, das kann hier entstehen. So richtig kann ich es mir auch noch nicht ganz vorstellen. Doch, ich kann es mir vorstellen, aber es ist schon krass zu sehen, wo man anfängt und wie das erstmal aussieht. Und ja, ich bin aber hier echt im Vertrauen mit meinen portugiesischen Freunden und Arbeitern. Das war wirklich die geilste Aktion überhaupt, dass wir gestern die Pumpe schon in Betrieb hatten. Das ist geil. 50 Meter tief ist hier das Bohrloch. Da drin hängt eine Tiefbrunnenpumpe. Und ich habe das jetzt erstmal provisorisch, haben wir das erstmal so installiert. Da kommt später noch, vielleicht hier noch irgendwie so eine Kiste dran bauen. Und dann kommt da die ganze Technik noch rein für Wasser. Da kommt noch irgendein Druckausgleichsding, macht man normal so noch da dran. Das kommt später noch. Und dann kann man halt so ein richtiges Wassernetz dran anschließen. Und die Pumpe schaltet sich dann immer automatisch ein, wenn man Wasser entnimmt. Hier ist noch die Schaltbox drunter. Hier ist noch so ein Schütz und Kondensator, Anlaufkondensator. Und im Moment habe ich das Ganze hier an meiner Akkubox dran. 97% Ladung habe ich auch schon wieder. Gestern haben wir die Pumpe schon mal laufen lassen. Gleichzeitig werde ich die Akkubox hier auch zur Verfügung stellen für meine Arbeiter. Die bringen noch so einen Betonmischer hier hin und so. Aber das können die alles da dran betreiben. Da bin ich auch mal gespannt, wie gut das funktioniert. Und das finde ich auch echt richtig geil. Ich habe so richtig Bock drauf, das Zeug jetzt mal wirklich zu benutzen. Und auch darüber werde ich natürlich auf jeden Fall weiterberichten und nochmal Videos machen. Was sind eigentlich meine Langzeiterfahrungen mit diesen Powerstations? Welche eignen sich wofür? Das ist natürlich ein absolut ideales Gelände, weil es jetzt mal wirklich real Bedingungen sind. Ich bin total off-wittig. Es gibt hier keinen Strom. Ich muss alles Mögliche bauen. Ich muss Baumaschinenwerkzeuge benutzen, Akkus aufladen. Ich habe einiges an Akkus ja hier von Makita. Und ja, das Wetter wird sich jetzt auch ändern. Bisher hatte ich so viel Sonne, den Strom kann ich gar nicht mehr brauchen. Das ist natürlich auch echt paradiesisch hier. Dadurch, dass hier so viel Sonne ist, kann man mit relativ wenig Solarpanelgröße schon eine ganze Menge Energie generieren. Aber wenn es bewirkt ist und jetzt tagelang bewirkt bleibt, gerade ist noch ein bisschen Sonne, kommt so ein bisschen durch. Aber wenn das auch nicht mehr ist oder wenn es regnet, mal mehrere Tage. Das ist natürlich auch normal hier. Es wird hier jetzt auch Herbst und es wird im November, Dezember, kann es ja auch richtig frisch sein und auch sehr viel Regen und bewirkt den ganzen Tag. Genau, da bin ich mal gespannt, wie ich damit klarkomme. Ich habe aber vor mir später auch, sobald nötig im Grunde genommen, größere Solarpanels noch zu kaufen. Ich habe ja auch schon Händler ausfindig gemacht. Und dann hier halt mit 500 Watt-Panels, so richtig großen, kann ich mir jetzt hier aufs Grundstück erstellen. Ganz normale Solarpanel, die man auch am Dach hat, werde ich mir hier irgendwie schnell, relativ schnell und relativ günstig kann man sich sowas auch selber aufbauen. Was weiß ich, 2 kW Solar oder so hinstellen. Das aber erst, wenn ich meinen Container habe, weil ich will da aufs Gelände, wie gesagt, so einen Container stellen, so einen Schiffscontainer, einen kleinen Seekontainer als Lager und Werkstatt und so weiter. Der muss dann irgendwie hier angeliefert werden über diese Zufahrtswege, die sehr schmal sind. Und draußen, die Straße ist extrem holprig und Offroad-mäßig. Aber das gibt es hier in Portugal immer wieder, wobei hier auch alle, die herkommen, auch die Portugiesen, die klagen schon über diese Straße und meinten, es wäre echt extrem schlecht. Ja, es ist halt ein Abenteuer und ich bin hier in der Wildnis und das ist schön so. So, ich habe Besuch gekriegt. Guck mal hier, der Gerd ist bei mir. Ich muss den Jürgen bekochen und ich muss ihn bei Laune halten, weil er ist momentan so in tollem Flow und da freue ich mich für ihn total und ich bin absolut begeistert. Und ich bin begeistert, dass du mich ja verwöhnst mit deiner Anwesenheit und deinen Kochkünsten. Ja, aber wenn das Essen nicht schmeckt, dann schmeißt du mich wieder, schmeißt du mich vom Grundstück oder was, wenn das Essen nicht schmeckt? Da kannst du aber sicher sein. Oh, okay. Nein, nein. Ach, guck mal, ist auch so gemütlich hier bei dir. Ich filme ja immer gerne in Autos rein, so dreist, ne? Weil es so toll ist zu sehen, wie die Menschen sich hier so ihre Mobilen eingerichtet haben. Guck mal, Jürgen, sag mal. Richtig vegetarischer, schöner, wunderbarer Bohnen, Gemüse, doch toll, oder? Das sieht richtig gut aus, es riecht doch schon sehr lecker, ich glaube nicht, dass ich dich von dem Grundstück schmeißen werde, ich glaube, ich werde dich eher fesseln. Aber das Problem ist nur, wir werden 150 Jahre alt und die Leute haben uns nach 150 Jahren auf dem Kopf. Lecker, lecker, lecker. Das sind doch Glückspilze, oder? Absolut. Und mit der Aussicht? Mit der Aussicht, wunderschön. Ich mache das Essen. Dreimal so viel Spaß. So, jetzt muss ich dem Gerd mal hier meine technische Installation zeigen und das Wasser natürlich. Und noch ein kleiner Hinweis hier, die Akkubox habe ich hier in dieser Bundeswehrkiste, das ist natürlich ungünstig wegen Hitze. Man darf die natürlich nicht in so eine geschlossene Box packen, dauerhaft, aber im Moment temporär ist es kein Problem, weil wir benutzen die ja sowieso nur kurzzeitig und es ist auch nicht mehr heiß oder so. Gerd? Heiliges Wasser. Wasser? Heiliges Wasser. Achtung! Ich muss noch ein bisschen auf, aber ein bisschen groß und tanzen. Besser wie manches Mineralwasser. Ich erwarte, oder? Ja, das ist super. Ja, das ist schön kalt, ne? Auf meinem Grundstück liegt überall ziemlich viel Holz herum. 2017 war hier ein großer Brand und dadurch sind einige Bäume natürlich abgebrannt. Die wurden auch gefällt und sind sie hier irgendwie am Grundstück liegen geblieben und das werden wir jetzt mal anfangen, hier oben ein bisschen aufzusammeln, schon mal einen Holzstapel zu machen. Dann hat man schon mal ein bisschen Versorgungsmöglichkeiten für den Winter und das Holz ist ein bisschen besser gelagert, damit es nicht weiter vermodert. Männerspielzeuge! 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 Echt sensationell, oder? Das ist old school hier! Echt mega cool! Ja. das ist schon stock, muss ich wirklich sagen. handarbeit, das sind echte handwerker hier. in portugal gibt es noch handwerker. so ja das wird jetzt hier wieder aufgebaut und da soll noch ein fenster rein. ich muss das mal gerade ein bisschen dokumentieren hier. da soll noch ein fenster rein. ich bin mal gespannt, wie die das machen. dann kommt da ein boden rein und das ganze wird irgendwie einen halben meter höher. das ist die idee. dann kann ich darüber noch so eine halbe etage machen für stauraum oder das bett. mal gucken. und was sagst du gerd? ich finde es sensationell. das haus hat jetzt schon seele. das hat richtig seele. ja absolut. das sagt ja auch, das spricht ja auch zu mir. das sagt, ich will, dass du hier wohnst. ja du weißt was, es wird ein glückliches haus werden. das weiß ich. weißt du auch. der gerd kocht schon wieder für mich. den werde ich hier nie wieder gehen lassen. lieber jürgen, du wärst jetzt heute noch mal richtig verwöhnt. aber wenn ich mal wiederkomme, darf ich es vielleicht gar nicht sagen. aber ich sag es trotzdem, vielleicht verwöhnte ich dir meine wunderschöne frau. man weiß es ja nicht. verdient hast du es ja. ja, danke gerd. du bist ein engel. guten morgen. inzwischen sind einige tage vergangen. wie sieht es aus hier nach den letzten tagen? es hat sehr viel geregnet. vier tage ungefähr fast dauerregen. es war ziemlich stürmisch. ich musste irgendwann in meinem auto mal flüchten. ein stück vorfahren nachts. weil der baum da, das ist so eine eiche hier. der hat die ganze zeit durch den sturm flogen die ganze zeit so eichert auf mein auto und äste und sowas. ja also der winter kommt hier natürlich auch. der herbst erst mal. und ich merke jetzt dadurch ganz deutlich, ja ich muss meine prioritäten noch ein bisschen anders verlagern. also ich brauche unbedingt einen container. da habe ich jetzt den miguel noch mal darauf angesetzt. ich will hier ja so einen container hinstellen. im moment habe ich nur hier dieses zelt aufgebaut. da hat ziemlich viel kram drin. das hat zwar soweit super gehalten jetzt hier erst mal. aber das ist natürlich nur eine provisorische lösung hier mit dem ganzen chaos kram. und das ist natürlich nicht wirklich dauerhaft hier wasserdicht. ich habe es extra schon hier in so euroboxen gestellt. die geräte, damit die nicht irgendwie vom boden her nässe kriegen. ja da muss ich unbedingt jetzt echt gucken, dass ich das hier winterfest und wetterfest alles kriege. dann werde ich mir auch einen stromgenerator holen. das habe ich mir jetzt echt gemerkt die tage. ich brauche unbedingt einen stromgenerator als backup. weil es hier natürlich auch herbst winter wird. das ist zwar nicht so lang und nicht so intensiv wie in deutschland. aber hier in zentral portugal kann es auch richtig kalt werden. und natürlich viele tage auch trübe. und ja solange ich hier noch keine richtig professionelle solaranlage habe und so weiter brauche ich sowieso auf jeden fall ein backup. wenn ich hier länger arbeiten will mit maschinen. beziehungsweise ich nutze auch gerne einfach die stromfunktion meiner heizung an meinem wohnen will um diese um den dieselbrenner ein bisschen zu schonen. mein wohn ist ja schon sechs jahre alt. sechs jahre lebe ich in diesem kastenwagen. und die heizung ist auch nie irgendwie erneuert worden oder so. dieselheizung. ja da könnte natürlich auch sein, dass irgendwann mal da noch renovierungen und reparaturen dran sind. deswegen versuche ich so manche sagen auch ein bisschen zu schonen. ja vielleicht mache ich mal dazu demnächst noch ein komplettes eigenes video. haben sich auch schon einige von euch gewünscht. ich habe das eigentlich auch jedes jahr gemacht. so ein fazit video. weil das ist ja immer interessant zu sehen. wie lang hält eigentlich wirklich so ein kastenwagen. westfalia standard kastenwagen. und ja ich bin damit immer noch sehr zufrieden. bis auf so ein paar kleinigkeiten. und ja ein paar sachen sind schon kaputt gegangen. und ich muss auch noch ein bisschen was dran machen. will ich noch machen. naja mache ich mal ein extra video zu. so ja wie sieht es denn hier aus. der gerd hat mich wieder verlassen. vielen lieben dank gerd für deinen besuch. und deine unterstützung. und natürlich auch für ein anderer. ja die antje und der uli. die waren ja meine ersten besucher. da habe ich noch gar keine videos gemacht. und der mike hat mir schon geholfen. das hat mich natürlich sehr gefreut. und da bin ich immer sehr dankbar. und der gerd. ja das ist auch hier. soul brother. sehr schön war das. wir haben tolle gespräche geführt. hat mir eine sehr intensive zeit. der gerd ist extrem von diesem ort berührt gewesen. und auch. ja das hat sehr intensive träume gehabt. und energien erlebt. also ich. naja ich kann das nur immer wieder. ich kann das gar nicht in worte fassen. so muss ich sagen. das ist einfach ein total magischer ort hier. so jetzt schauen wir mal wie weit die jungs gekommen sind. die waren jetzt natürlich auch nicht mehr da. die letzten tage. weil es echt nur geregnet hat. dann können die nicht arbeiten. aber sieht ja eigentlich auch schon richtig cool aus. so man sieht wie es geregnet hat hier. das wasser steht in der schubkarre. ja genau. die haben nämlich die wand hier. die erste schon wieder aufgebaut. so. ich bin mal gespannt wie es nachher aussieht. die technik ist im prinzip so. dass sie die steine. schön puzzle artig aussuchen. und zusammen sortieren. wieder in die mitte kommt. zement. das richtig hält. aber an den rändern nicht. so dass man das an den rändern eigentlich auch nicht. oder kaum sieht. ich bin sehr gespannt. ich habe mir jetzt auch überlegt. dass ich die ruine wirklich als haus nutze. ich will hier wirklich ein tiny house draus bauen. das. boah. dieses gebäude hier. das ist so magisch. ja es wird einfach ein traum. ich werde jetzt hier rechts. und dann auf der anderen seite auch noch ein fenster. reinbauen lassen. und dann kommt ein komplettes dach drauf. der boden wird auch komplett gemacht. verschlossen. den werden die erstmal zementieren. und dann. komm ich. mach ich da später einen holzboden drüber. so. der plan. die sonne kommt wieder. die sonne kommt wieder. ja es wird jetzt auf jeden fall noch ein paar gute tage hier geben. wenn die sonne einmal kommt. ist auch echt direkt super super warm. die hat hier halt echt power. ja ihr lieben. soweit der stand hier. und meine situation. ja ihr habt gesehen. es ist schon viel passiert. bin gespannt wie es weitergeht. was ich auch schon angelernt habe. ist dass mein ganzes grundstück noch mal freigeschnitten wird. ne. also man kann ja. zu jemandem. mit dem traktor kommen lassen. der hat hinten so eine fräse dran. der fährt dann alles. was befahrbar ist ab. und mäht das ganze zeug runter. die wege vor allen dingen. weil ich habe ja hier unten noch total viel grundstück. also ich habe zwei hektar land. ja hier oben. das ist echt nur ein kleiner teil. aber da unten kann ich mir noch gar nichts machen. weil es ist so zu gewuchert. und natürlich kann ich auch nicht überall gleichzeitig anfangen. aber das wird auch noch kommen. und dann gehe ich auch noch mal mit euch hier im nächsten video. vielleicht. über das ganze grundstück. dann schauen wir mal. was das hier überhaupt alles. für bereiche sind. für plätze sind. in diesem sinne ihr lieben. vielen lieben dank fürs zuschauen. klickt super gerne den daumen nach oben. wenn es euch gefallen hat. das hilft mir auch hier bei youtube. und wenn ihr fragen habt. schreibt es in die kommentare. abonniert meinen kanal. wenn ihr weiter dabei bleiben wollt. hier bei meinem offgrid abenteuer. in portugal. ich wünsche euch eine schöne zeit. bis bald. tschüss. bis bald.